Guten Morgen! Hallöchen! Ja, wunderschönen guten Morgen aus Gili Travangan. Es ist so, dass wir eigentlich theoretisch gerade in den Videos in Bangkok sind. Es sind aber ein paar Sachen passiert, weshalb wir uns gedacht haben, nee, wir machen jetzt mal ein brandaktuelles Video. Also das Video, was wir heute drehen, geht morgen online. Heute ist Samstag, morgen ist Sonntag. Kurz zur Erklärung, was ist denn überhaupt passiert? Zwei Sachen, zwei gravierende Sachen sind passiert. Und zwar wäre da einmal ein kleiner Auto bzw. Mopedunfall. Für uns ein kleiner, weil wir haben es überlebt, aber dazu später mehr. Und viel wichtiger, wir haben einen Festplatten-Defekt und somit einen Verlust unserer Daten zu verbuchen. Es war so, ich habe mich in Dumajan hingesetzt, das ist auf Java, also in Indonesien, habe die Daten versucht zu speichern. Irgendwie war es dann so, dass die Festplatte ausgeworfen worden ist von meinem MacBook, wo ich schon so gedacht habe, hm, komisch. Und wir haben uns dabei aber nicht gelassen und sind erst mal essen gegangen. Und als wir wiedergekommen sind und irgendwie weiter in unserem Video rum schnibbeln wollten, weil das ist unser tägliches Büro, dass wir eigentlich jeden Tag an unseren Videos arbeiten, ist die Festplatte nicht mehr erkannt worden. Und ja, wir haben natürlich erst mal so das auf die leichte Schippe genommen. Ja, Festplatte wird halt nicht erkannt. Mal kurz ausstecken, wieder reinstecken, mal kurz ausstecken, wieder reinstecken. Bis wir dann gecheckt haben, hier geht gar nichts mehr. Die war nicht mehr vorhanden. Das allerbeste gerade ist einfach, dass ich eine Ausbildung als Attila genossen habe, die auch sehr gut verlief und dementsprechend habe ich auch sehr viel gelernt. Und ich konnte also mein Wissen ein bisschen anwenden und von binnen Stunden zu einigen Tagen haben wir es dann doch geschafft, mit viel Frustration und sehr, 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 sehr viel Schweiß und Blut, dass wir ein bisschen der Daten herstellen konnten. Ja, also wir waren tatsächlich die ersten drei Tage komplett frustriert. Und ja, es musste irgendwie eine Lösung her. Ich will ja gar nicht so krass ins Thema hineingehen, weil es ja auch echt wirklich sehr tiefliegend ist. Aber die Lösung war letztendlich einfach, entweder machen wir so weiter, wie wir jetzt gerade alles noch haben. Also wir haben ja nicht alles immer sofort rübergezogen auf die Platte. Wir haben ja noch SD-Karten, also Speicherkarten, wo noch viele andere Sachen zu finden drauf sind. Wir hatten noch komplett, also komplett Java hatten wir noch, aber zum Beispiel komplett Sumatra war weg, Thailand war weg, Malaysia war weg. Singapur, Borneo, also wir haben so krasse Aufnahmen, wo wir, wir haben Orang-Utans getroffen in der freien Wildbahn, sowohl auf Sumatra als auch auf Borneo. Es war alles weg, deswegen wir waren ultra frustriert. So, ja. Deswegen war halt die Idee, entweder machen wir halt aktuell einfach direkt weiter und versuchen das zu verkraften, dass das alles weg ist. Oder wir setzen meinen, meinen Grips und ihre Ausdauer dazu ein, dass wir halt eine Lösung finden. Und die haben wir dann auch gefunden. Das blenden wir euch mal ein, wie das ein bisschen so aussah. Hi! Wir sind in die Zukunft reingeschnitten. Wir sind gerade dabei, ein neues Speichermedium zu finden, damit wir die Daten retten können. Und das nervt ein bisschen, weil wir jetzt gerade ja auf Bali sind. Und was soll ich sagen? Hier sind die Preise utopisch für Speicherplatz. Also ein Terabyte SSD kostet roundabout 50 bis 80 Euro. Je nachdem natürlich welches Branding, aber... Es nervt. Es nervt. Und es steht auch nicht im Verhältnis. Also wirklich gar nicht. Und auch hier, keine Ahnung, 4 Terabyte HDD, also die uralten Speichermedien kostet auch, ich glaube, 180 Euro oder sogar war das. Also für 4 Terabyte? Naja, komm. Kannst du auch fast einen neuen Rechner kaufen, ey. Ja, das nervt. Wir sind jetzt halt ultra frustriert, weil wir haben ja keine andere Möglichkeit. Es ist auch super laut hier. Also wir sind in so einem Shop und wir schalten jetzt an der Straße, um zu verlaufen. Wir haben keine andere Möglichkeit. Wir müssen da jetzt durch, weil unsere Speicherkarten sind jetzt bald voll. Zeit. Was geht, was geht. Uns wurde gerade per Briefbote ein SSD gebracht. 1 Terabyte SSD. Kennt ihr das Branding? Ich nicht. Noch nie was von gehört. Aber Google-Rezensionen sagen, dass sie okay sein soll. Und für den Notfall reicht sie erstmal. Und danach halt einmal anschließend Daten wieder rüberziehen und danach wieder abtrennen und nie wieder anfassen. Moin. Genau, es ist so, wir haben jetzt schon ein paar Daten gerettet. Zum Beispiel ist FAS komplett Thailand gerettet. Also wir sind chronologisch vorgegangen. Haben auch erstmal Thailand versucht, wieder herzustellen, aufgrund dessen, dass wir ja in Thailand mit einer Freundin waren. Und ja, das sind auch ihre Urlaubserinnerungen. Deswegen haben wir gesagt, okay, da sind ja nicht nur wir beide betroffen, sondern auch Annika, haben also jetzt Thailand schon fast wieder komplett, glauben wir. Das Ding ist, wir können das natürlich nicht alles sichten. Also wir haben jetzt komplett Bangkok gesichtet. Es ist alles da. Es waren zweieinhalb Stunden Videomaterial. Keine Ahnung, wie wir es geschafft haben. Das ist auf jeden Fall alles da. Aber für alles andere können wir jetzt halt gerade noch keine Garantie geben. Wir haben jetzt gesagt, wir machen so weiter, wie wir letztendlich, ja, was wir letztendlich haben und wie wir auch weitermachen würden. Also unsere Reise geht jetzt in Bangkok weiter. Also ich bin auf jeden Fall dran. Wenn euch auffällt, meine Augenringe sind tiefer geworden. Genau. Marcel kriegt nicht mal so viel Schlaf. Also vorletzte Nacht hat er irgendwie drei Stunden geschlafen oder so. Kein Spaß. Annika kann davon, glaube ich, auch gerade ein Leasing, weil wir halten sie immer up to date mit Sprachnachrichten. Naja, Fakt ist auf jeden Fall, das war Thema 1. Unsere Festplatte. Da seid ihr jetzt upgedatet. Ja, und dann, was, glaube ich, alle brennend interessiert, was war denn da los mit unserem Mopedunfall? Es war so, wir waren beim Wasserfall. Wir waren beim richtig geilen Wasserfall auf Java. Also Java ist eine Insel in Indonesien. Wir sind mit dem Moped dahin gefahren. Grundsätzlich machen wir alles, was wir selber machen können. Immer selber ohne Tour. Das ist erstens günstiger, flexibler. Keine Leute, die einen nerven könnten. Ja, es ist so. Das muss man einfach so sagen. Und deswegen machen wir alles mit Roller. Also wir waren bei diesem Wasserfall und sind dann zurückgefahren und da wurde es auch schon dunkel. Wobei man jetzt sagen muss, nach acht Monaten Südostasien, Marcel ist überall gefahren. Sowohl Thailand, Laos, Kambodscha, überall, wo wir waren, ist Marcel eigentlich auch gefahren. Er hat die Fahrpraxis, deswegen haben wir da auch keine Angst mehr, wenn es dunkel ist. Wir sind nach Hause gefahren, es war dunkel. Ich versuche das richtig kurz zu erklären. Es ist eine T-Kreuzung gewesen. Hier in Asien überwiegend ist hier der Linksverkehr, gerade in Indonesien-Linksverkehr. Das heißt, wenn man rechts abbiegen möchte, muss man natürlich auch darauf achten, dass vor links vielleicht jemand kommt oder nicht oder auf der Ampel ist oder sonst irgendwas. Und ja, T-Kreuzung kennen wir alle. Wir wollen rechts abbiegen. Wir fahren auch ein bisschen los. Wir sind ein bisschen, ja, ein bisschen am Quatschen gewesen. Wir sind ganz entspannt am Losfahren. Wir hatten so ungefähr 10, 15 kmh drauf, weil so fährt man ja um die Kurve, wie man das auch gelernt hat. Genau, man muss dazu sagen, wir hatten eine Million Prozent eine grüne Ampel. Auf jeden Fall, wir sind schon relativ nah dran. Auf einmal macht es nur noch einen Riesenknall. Ich erschrecke mich. Ich habe einen Blackout, ich weiß gar nichts mehr. Ich erschrecke mich komplett und sehe nur noch, wie wir vollismatt gerammt worden sind von einem Pkw. Und ich würde schätzen, der hatte ein Minimum 60 kmh drauf, aber ich bin fast 1000% sicher, dass er 70 kmh drauf haben musste. Denn bis er zum Stehen gekommen ist, hat das schon einige Meter gekostet. Also wirklich, das war krass. Wir setzen uns also, wir legen uns also auf jeden Fall hin und versuchen erstmal zu realisieren, was passiert ist. Genau, also als erstes sind wir dann irgendwie beide aufgestanden, haben halt geguckt, so okay, alles noch dran. Wie geht's dir, wie geht's dir, so. Ich habe gar nichts gecheckt. Ich habe nach 20 Minuten oder so, habe ich Marcel so gefragt, wie sind wir denn überhaupt hingefallen? Weil ich gar nicht gecheckt habe, dass uns jemand gerammt hat. So, dann waren da auch auf einmal so eine Schar von Indonesern, kann man sagen. Und wir haben dann per Google Translator halt eingegeben, dass der, der uns gerammt hat, bis zu dem Zeitpunkt wusste ich gar nicht, dass der Fahrer auch dabei stand, über eine rote Ampel gefahren ist. Weil von der Seite muss ja rot gewesen sein. So, die Indoneser haben alle zusammengehalten und haben gesagt, das ist gar keine Ampel. Tja, das ist natürlich ein bisschen gelogen gewesen, denn da war eine Ampel. Und da war auch eine Rothschaltung, sowohl für geradeaus fahren, als auch für rechts fahren. Also von der anderen T-Seite aus rechts fahren. Wir haben das nochmal geprüft gehabt am nächsten Morgen, weil natürlich haben wir das nicht währenddessen geprüft. Wir waren ja völlig unter Adrenalin und Schock und allem drumherum. Das heißt, es war gar nicht möglich für uns, das eigentlich zu realisieren. Wie gesagt, am nächsten Morgen haben wir es dann gecheckt gehabt und ja, ganz entspannt. Wir sind da auch nochmal mit dem Moped langgefahren und ja, es ist eine reine Rothschaltung, sowohl für geradeaus und für rechts fahren. Genau, aber gut, die Frage, die uns natürlich auch gestellt worden ist, was mussten wir dafür jetzt zahlen? Das Gute ist, dass wir beide doch recht schnell geschaltet hatten und gesagt haben, wir müssen jetzt unseren Hostelmann da anrufen, damit er einfach auch zur Übersetzung kommt. Nicht nur, dass er halt einfach sieht, was wir da gemacht haben, sondern weil er halt übersetzen konnte. Und das haben wir gemacht, er hat angerufen, er kommt rum und er hat noch den Rollerverleihmann daher geholt. Auf jeden Fall kam dann die Verhandlung mit unserem Fahrer, mit dem Hostelmann und dem Mopedverleihmann. Und wir haben echt Glück gehabt, dass die beiden, also der Hostelmann und der Mopedverleihmann, auf unserer Seite waren und auch einfach nur glücklich darüber waren, dass wir noch am Leben sind. Und deswegen haben die das sehr gut geregelt und haben dann gesagt, passt auf, für 100.000, ich blende euch ein, was das umgerechnet ist, ist der Fahrer raus. Er ist ja weg und alles ist gut. Genau, es war so, dass wir aber vorher auch noch angedroht hatten oder beziehungsweise, wir haben halt vorher, ich habe Marcel gesagt, fragt mal, wie das ist mit der Polizei, weil ich mir schon gedacht habe, also es wäre natürlich für uns super scheiße geworden, wenn die Polizei gekommen wäre, die Gesetze sind hier komisch, wir sind eh immer schuld, egal was passiert, aber trotzdem dachte ich mir, lass uns mal fragen, was wir machen, also ob wir die Polizei rufen wollen, auch wegen Versicherungen und so. Man muss sich vorstellen, diese Schare von Indonesien wurde dann total aufgebracht, es war alles aufgewühlt, einer ist sofort weggelaufen, also der hat einfach Cops gehört und ist weggelaufen, es war wirklich richtig crazy und dann hat der Fahrer vom Auto halt gesagt, okay, pass auf, was wollt ihr mir geben? Dann haben wir gesagt, gar nichts. Ich meine, eine Sekunde anders und wir wären tot gewesen. Das ist uns bewusst. Ja, und dann haben die halt gesagt, 100.000 und der Fahrer ist weg. So, dann müssen wir nur noch über das Moped verhandeln und das Moped... Das, also ich muss ehrlich sagen und ich übertreibe auch nicht, also der Spiegel ist abgebrochen, die Verkleidung war völlig im Arsch, da waren Löcher zu sehen in der Verkleidung, Handyhaltung war weg, die Bremse war festgestellt bzw. sie ging auch gar nicht mehr. Kratzer, das ist ja über die Straße geschlittert, natürlich. Ja, das Moped war auf jeden Fall im Arsch, muss man einfach so sagen. Ja, und da haben wir wirklich Schiss gehabt, weil das kann teuer werden. Ja. Wir haben gehört, wenn das auf Bali passiert, also selbst wenn da nur ein Kratzer drin ist, der vorher nicht drin war, dann kostet das durchaus mal 100 Euro und das muss man sagen, da reden wir jetzt von Kratzer. Das Moped war für uns total schaden, also nicht total schaden, man konnte das auch fahren, aber es war wirklich... Ja, und die haben uns gesagt, wir können eigentlich unser Glück auch noch gar nicht passen, 30.000 und damit ist die Sache erledigt, 30.000, wir blenden es euch ein, damit wir ganz haargenau sagen, was es ist, ist nichts. Es ist wirklich einfach im Verhältnis, also für das, was passiert ist. Und die sind am Abend, also es war ja abends, die sind am Abend noch gekommen, haben uns das Moped vertreten, damit wir am nächsten Tag weiterfahren können. Genau, das war das Allergeilste eigentlich, sagt unser Hostelmann zu uns, ja, ja, beruhigt euch, alles gut. Ihr wollt ja morgen zu Bromo, die wussten ja, was wir machen wollen. Ihr wollt morgen zu Bromo, wir machen das, wir regeln das. Ja. Wir lagen am Ende auch einfach nur in unserem Bett und haben uns gedacht, was ist passiert? Glück gehabt. Wo sind wir hier eigentlich? Wer sind wir eigentlich? Sind wir travelicious? Sind wir travelicious? Man muss dazu sagen, meine Hand war geprellt, das war aber weniger schlimm, also ich hatte eine kleine Wunde am Arm und meine Hand war halt geprellt. Marcel hat es ein bisschen mehr erwischt, der hatte hier so eine riesige Schramme, das muss irgendwie vom Spiegel gekommen sein oder so, weil Marcel ja vorne sitzt, der ist ja der Fahrer. Ja. Ansonsten war Marcells ganze Seite irgendwie aufgeschraubt, sein Bizepsinne war angerissen, das heißt, ich hatte ein wunderschönes Loch da drin. Genau. Ansonsten seine Beine und auch der Fuß war voll mit Schrammen. Ja, Marcel hat es da schon ein bisschen mehr erwischt als mich. Wir haben jetzt auch gehört, dass es meistens so ist, dass der, der hinten sitzt, der hinten erwischt es nicht so viel und wir hatten schon mal so einen kleinen Unfall, da war das ein bisschen ähnlich. Ja, Fakt ist, wir haben es überlebt. Ja. Wir sichern unsere Daten, das ist unser brandaktuelles Update jetzt gerade und damit wir das Video jetzt nicht so negativ beenden, wir wollen jetzt versuchen, mindestens ein Video die Woche hochzuladen, allerdings versuchen wir es jetzt alle fünf Tage zu machen. Das nächste Video ist schon fertig, das kommt jetzt am Mittwoch, das ist dann Bangkok Teil 1, dann hoffen wir, dass am Sonntag Bangkok Teil 2 kommt und dann gucken wir mal, wie wir das hinkriegen. Es ist nicht so einfach, reisen, schneiden, produzieren, alles mögliche, Reiseplan und und und. Man denkt, ja, ihr chillt ja den ganzen Tag nur rum. Nein, so ist das nicht. Man muss ja auch drauf achten, wo man hinkommt, oder? Wir fahren jede drei Tage weg, wenn wir die Unterkunft, das heißt, wir müssen jede drei Tage packen, wir müssen überlegen, wie kommen wir von A nach B, wir müssen uns, die Umgebung muss neu gecheckt werden. Und ja, es macht Spaß, es ist wirklich richtig geil. Wir wollen jetzt gar nicht hier meckern oder so, aber es ist nicht, ich fahre in All-Inclusive-Urlaub und fahre rein, aber wieder zurück. Richtig. Und dann bieft man sich ja auch mal. Darum geht es gar nicht. Viel schlimmer ist, dass wir auch nicht immer richtiges Internet haben. Ja. Das wird immer wieder vergessen. Jetzt aktuell, wir blenden es euch mal ein. Du hast einen Screenshot, ne? Ich habe einen Screenshot, ja. Aber damit muss man arbeiten. Und jetzt mal ehrlich, Jungs und Mädels, das ist nicht einfach. Nein. Deswegen, wir geben uns Mühe, wir machen weiter, wir danken euch auf jeden Fall voll für euren Support, die Leute, die es teilen auf ihren Kanälen, also gerade unsere Eltern, deine Mama und meine Mama. Ja, auch einen richtig dicken Kuss an meinen süßen kleinen Chris. Du weißt Bescheid. Genau. Das ist so geil, dass du es immer wieder teilst. Marco, mein Marco, wir haben ja beide einen Marco. Marco teilt ja auch immer wieder, danke dafür. So, wir verabschieden uns. Yes. Wir gehen jetzt schnorcheln. Das seht ihr dann aber irgendwann, wenn wir das Video hochladen. Yes. Haben euch lieb. Küsschen aufs Nüsschen, ihr wisst. Nicht gleich schneiden, Kopf in den Annen. Tschüss. Tschüss.